Guten Morgen, heute werde ich etwas testen und zwar was ich noch nie getestet habe, das sind sogenannte, ich glaube ich spreche es nicht richtig aus, Sapodile oder Saptop Diele. Ich habe einen Gutschein bekommen von einem Dropen Kost Shop und da konnte ich mir mal so ein bisschen was bestellen und ja auf jeden Fall werde ich die jetzt erstmalig probieren und auch was ich erstmalig auch probieren werde, ist eine reife Ananas, eine richtig reife Ananas, also vollreif wurde mir gesagt und eine richtig reife Drachenfrucht. Also das und das schmeckt mir in Deutschland nicht, mal sehen ob das Reif wirklich besser schmeckt. Bei der Papaya zum Beispiel war es nur bedingt so. Also eine richtig vollreife Papaya habe ich auch mal gegessen, die schmeckt etwas besser als die die man hier kauft, die widerlich schmeckt, aber sie schmeckt trotzdem nicht so dass ich es mir kaufen würde. Ich bin gespannt wie es bei einer vollreifen Ananas, einer vollreifen Drachenfrucht und einer vollreifen Sapodile oder wie das heißt da ist. Ich nehme am besten schon mal eine richtig weiche Sapodile oder wir fangen mal mit dem was wir kennen, so Drachenfrucht. Drachenfrucht wird so aufgeschnitten und dann gelöffelt. Ich hole mal einen Löffel. Lässt sich zumindest sehr leicht schneiden. Das heißt es ist wahrscheinlich dann tatsächlich reif und bin sehr gespannt wie eine reife Drachenfrucht. Ganz weiches Fleisch. Schmeckt besser als bei uns, aber ich würde es mir nicht kaufen. Also unspektakulär, ein Hauch süßer oder so. Keine Ahnung. Nö. Also Drachenfrucht. Nicht zu empfehlen. So jetzt kommen wir zu einer richtig reifen Ananas. Also da bin ich gespannt. Okay. Ich finde die jetzt gar nicht so weich zu schneiden. Also ich habe mir gedacht die ist dann so richtig butterzart. Aber so wirklich große Unterschied. Bisher nicht. Mal sehen. Also. Sorry. Nein. Nö. Es schmeckt ein bisschen süßer. Ach ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Boah. Das ist ja scheiße. Ha. Das tut mir natürlich leid. Ähm. Aber. Naja. Ist halt wie es ist. Mal sehen. Vielleicht die Sapop-Dile. Die sind schon richtig total weich. Mal sehen wie die schmeckt. In der Beschreibung stand drin. Ich weiß gar nicht ob wir die mit Schale essen können. Vielleicht mal gucken sollen. In der Beschreibung stand drin. Ähm. Sie sind geradezu unverschämt süß. Hehehe. Also da hoffe ich aber jetzt dass das ein bisschen rausreißt. was heißt hier. So. Sapop-Dile. Oder Satu-Bile. Warte noch mal. Tanne. Huh. Mein alter Schwede. Also die. Die sind wirklich richtig geil. Mh. 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 Mega. Mh. Das war das billigste von allem. Ne. Krass. Also. Drachenfrucht. Ja. Okay. Ananas. Ehrlich gesagt finde ich die. Ein bisschen süßer vielleicht. Aber das ist vielleicht die Einstellung weil ich sie vom Tropenkost direkt aus Thailand bestellt habe. Mh. Aber so richtig süß. Nö. Also. Besonders. Ich habe extra. Du konntest angeben vollreif. Oder reif. Vollreif auf eigene Gefahr. Weil die dann vielleicht schon angefangen hat zu schimmeln. Aber die ist nicht. Aber die Sapop-Dile. Die haben wir eine absolute Empfehlung wenn ihr die irgendwo kaufen könnt. Ob nur bei Trockenkostshop oder woanders. Aber. Die schmeckt echt richtig gut. Ja. Ja. Kurz und knackig. Wollt einfach mal testen. Die Leute schwärmen ja immer wenn man so von einem frisches reifes Obst von Ohrkost kauft. Und das alles gut und Dings schmeckt. Und. Bin eigentlich auch ein bisschen davon ausgegangen. Ehrlich gesagt. Aber. Da gibt es auch Bananen dort. Das Kilo für 10 Euro. Da habe ich auch gedacht. Ja. Die müssen aber ganz schön gut schmecken. Besonders Bananen reifen ja auch hier nach. Ob die dann total anders schmecken. Keine Ahnung. Aber hier. Muss ich sagen. Bin ich ein bisschen semi enttäuscht. Also. Die. Nicht nochmal. Ne. Aber die Sapop-Dile. Absolute Empfehlung. Und. Ja. Wer viel Geld hat. Der kann auf jeden Fall bei solchen frischen exotischen Früchten kaufen. Würde dann doch. Wahrscheinlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Regionales Obst. Zeit. Haben Apfel. Haben Saison. Und. Bzw. die sind halt gelagert. Das finde ich gut. Wobei da muss man auch aufpassen. Die CO2-Bilanz oder der ökologische Fußachtruppe ist da nicht unbedingt besser. Wenn die lange gelagert wurden. Hin und her geschickt wurden. Am besten. Ihr habt ein regionales Apfel-Anbaugebiet oder sowas. Die haben ja bei uns was. Die sind immer auf dem Markt Mittwoch. Und da könnt ihr direkt von dort einsacken. Ja. Aber absolute Empfehlung. Sapop-Dile. Ich werde euch noch kund machen. Ob man die mit Schale essen kann. Und ja. Das wird's gewesen sein. Eure Erfahrungen mit tropischen Früchten. Und ist das wirklich so viel besser. Und es ist ein Tick besser. Aber rechtfertigt es den wirklich extrem hohen Preis. Also. Für mich. Status jetzt. Nein. Nur mal mit einer Ausnahme mit den Dimmern. Sie schmecken echt richtig geil. Sapop-Dile. Keine Ahnung. Nicht von gehört. So. Wir sehen uns unten in den Kommentaren. Macht's gut. Euer Christian. Tschüss.